willkommen im line of war system hier spricht euer captain bayern key wir sind im achten part von starfox 64 wir machen uns jetzt auf dem weg zum nächsten planeten wie ich euch das gesagt habe wird das ein easy normal way part das heißt also hier in diesem level ist egal was wir jetzt machen aber das ist ein richtig geiles level das erinnert mich an die kvb war jetzt zerstören mal die kvb mit unserer geweihten kleinen tanker und wir werden ihn besiegen diesen so viel spaß hier seht ihr kvb zug das machen wir jetzt hier alles kaputt dricks zug ich mache dich jetzt alle kann ihn zu da seht ihr kann ihn zerstören das ist ein bisschen schwer da seht ihr den kappen so stelle ich mir den fahrer vor immer bei der kvb so ein richtiger monkey da schon mal der erste abtei kaputt hier steine zerstören hier die mehr weg sind hier oben geht es auch ab ein bisschen ab wie hilft mir immer ein bisschen aus und felko und snippy der steht einfach dumm daneben so müssen ein bisschen nicht wieder hier entgegen kommen ja stimmt das hier ja kommt noch näher felsen die auf uns rollen wo ein goldring den kann ich gut gebrauchen oh man jetzt müssen wir gucken ja da ist er die bombe falsch angesetzt da die ding hier ja wissen ich habe dir jetzt geholfen so mehr kann schon nix machen so jetzt immer ach ja komm du kannst mich sowieso am arsch hier die uns die jetzt müssen wir die von einfach vorne drauf schießen das sind barriere die müssen wir ausweichen ich fliegt drauf schon gut das ist nicht gut ja junger wir machen kvb wir zerstören dich ich nehme das ja toll ja das ist kaputt und schnell wir sind schon am ende das ist dieser energiekern den zerstören wir die acht dinger hier ja das einer ist versteckt das weiß ich rob was willst du ja eh was wollen die eh oh ja schatz ich hab dich hoch gehört na das ding müssen wir da oben zerstören das und dieses fünf haben vergessen wir fahren jetzt mal so rüber na das ding tisch er war so müssen wir ihm so zerstören ich hab keinen bock darauf oh was sind das sperre da ist ich mich zu packen seht ihr nur ein ding vergessen ja stört ach ich ganze Zeit mehr was im Weg zu stellen ist auch cool auf geht's die schwert schützt nein der hat mich der penner ja ich helfe noch pepi schnell ja ich kann ich nicht mit ich kriege irgendwie von der Seite oh irgendwie Feuer war das jetzt das Ding hier geht mir jetzt auf die Eier das kriegt man nicht geknallt hier ja jetzt boah ey wer mitten im strahl nur ein bisschen Junge du musst auch ein bisschen außer oh Scheiße ja jetzt noch ich bin gestorben du hören so toll da hat man die chance in den zu besiegen den drecksaffen ich werde ich trotzdem wir sind ein energiereaktor die gehen auf die Eier deswegen zerstört ich die jetzt schon mal Rob was hast du zu Kamellon jetzt hoffentlich was Gutes na 4 habe ich jetzt vergessen hier X Monk hier ich werde ich jetzt kalt machen ja ich hätte mir den WG Wagen grecken in dem Weg so einfach drauf war das Nein Du kriegst mich nicht Auch ey Voll daneben Das ist ein schwerer Partys Weißleute Gleich kommt noch das Star World Team Nein Du Penner Aus Das ist Tier Ich weiß ja nicht was du da abwildern Sonst ein Schmetterling oder so Aber dich werde ich zerstören Das war klar Das Peppy abkratzt Das geht mir jetzt Typisch auf die Eier Das wird jetzt lustig Das Beste ist ja diese Dinger hier Die haben ja keine Silberringe Zieh damit Pfeilen oder so Sag doch mal Komm jetzt Junge Mach die scheiß Luke auf Na ich hoch Seht ihr das nicht? Hey Jetzt warte die ganze Zeit das hier Ich gucke sie glaube ich dein Kopf noch abknallen Man ey das wird nichts aber ich jetzt schon Ich verrecke Wieder ein Treffer Ja Fertig Fertig Jürgen Ich mag doch ich als jetzt die Nacht Dinger ne Da kann nämlich mal ne Du kleiner Bastard der echt Stirb du Drecks KVB Fahrer ey Monkey Ich mach das jetzt Rob hat wieder was gutes Hier sind 5 Da sind 5 Dann die 6 Prozent 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 Blut die Städte auf den anderen Weg da seht ihr das macht mir jetzt Spaß die Heilung Prozent jetzt haben wir den anderen Sterbeweg eingeführt du wirst jetzt sterben du Drecksaffe doch jetzt schön mitten im Haus im Lagerhaus erst mal eine kleine Explosion jetzt ich glaube dass ein gutes Ende heute im achten Bad von Starbox 64 ist das jetzt das Ding zu Ende es war jetzt ein harter Kampf gegen diesen Monkey aber besser so ein Kampf als einen anderen Kampf ich würde mal hier beenden dann gehen wir wieder in den Chor dann nehmen wir den Easyway und dann zeige ich euch auch das Intro in Ruhe und dann würde ich sagen machen wir den harten Weg ne Leute also bis gleich würde ich dann sagen See ya ja bei 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 Vielen Dank.